Enten auf dem Holzmarkt. Der Club Roundtable 182 Tübingen hat jetzt Lose für das anstehende 15. Tübinger Entenrennen verkauft. Am kommenden Samstag schwimmen dann tausende nummerierte Quietscheentchen auf dem Neckar um die Wette. Start ist um 14 Uhr an der Tübinger Alleenbrücke. Je nach Strömung des Flusses werden die ersten Enten etwa eine Dreiviertelstunde später an der Neckarbrücke erwartet. Wer mitmachen möchte, kann auch am Renntag noch ein Entchen für drei Euro erwerben. Der Erlös soll an soziale Projekte gehen.